Hallo liebe Wanderfreunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal bei Strauchs Wanderlust. Ich bin Marco und heute gehen wir, Sarah und ich, die Traumschleife Bärenbachfahrt. Diese ist etwa 15 Kilometer lang und wenn ihr wissen wollt, wie diese so ist, dann bleibt dran. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Tour haben wir letztes Jahr schon einmal gelaufen und an dieser Stelle mussten wir abbrechen, da ich sehr, sehr große Schmerzen im Fuß hatte. Mal gespannt, wie weit wir heute kommen. Momentan laufen wir auf dem Pfad der alten Bäume und der alte Strauch wandert auch. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Tourексv Levi drauf – bereits in Kh Following Suele wir auf dem Montage, amushandelto. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Nach etwa 2 km, dann sind wir wieder am Auto. Die Tour hat uns gut gefallen. Highlight dieser Tour war für uns die Wanderung entlang des Bärenbares. Die Wanderung ist auch für Anfänger geeignet, er sollte aber etwas Trittsicherheit mitbringen. Wir bedanken uns, dass ihr wieder reingeschaut habt. Wenn es gefallen hat, einfach einen Daumen hoch und über Kommentare würden wir uns auch sehr freuen. Also bis dann. Ciao, ciao. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Diese Tour sind wir voriges Jahr schon mal gelaufen. Da mussten wir jetzt an... Voriges... Voriges Jahr... Jetzt laufen wir gerade auf dem Pfad der Bäume. Dierose und die alten Bäume. Die Rainbäume. Dieранgumpf 40 Die Serienbäume Dieaisen Bäume. Und das ist das sieht gut. Die'de ARE возможно auf dem Hof.